frohes neues jahr und hallo und herzlich willkommen zu thursday sander von horizon hobby wir haben diese woche vier brandreise neue releases für euch und natürlich auch unsere x12 am start die bald im handel erhältlich sein wird das erste produkt ist die e flight f27 evolution der delta den eigentlich jeder kennt und der wirklich bei wind gut geht ist noch heißer geworden 3 bis 4s teilbare flächen und die nase ist optional abnehmbar für eine fbv option mein klarer favorit diese woche und was wir auch für euch haben wir haben die 20 kubik thunderbolt von hangar 9 wieder aufgelegt weißer sperrhaus bauweise geteilte tragfläche für 20 kubik motoren oder elektrisch und mega flugvideo dazu schaut mal rein außerdem geht ab anfang februar die legendäre f4f wildcat für euch an den start checkt das und zu guter letzt haben wir noch ein lecker bisschen für alle e flight fans die clip wing cup in 1 20 spannweite schaut mal rein und ok da so Untertitelung des ZDF, 2020